Diese hier angebotene 3-Zimmer-Wohnung ist ab Juni 2014 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Wüsseldorf-Rath. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 90 m². Die monatliche Pauschalmiete beträgt 1.707 €. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020